So, Pandora steht auch noch da, das freut mich. Pandoralein. Hallo meine Kleine. So. Dann wollen wir mal schauen. Wir müssen jetzt, ähm, genau in die Richtung eigentlich. Sind wir schon auf dem richtigen Weg und dann müssen wir hier zu dem See. Genau. Und da gehen wir auch mal hin vielleicht. Das sieht interessant aus, auf jeden Fall. Ach Gott, jetzt haben wir ein neues Gebiet. Jetzt können wir wieder so viel finden. Das wird cool. So, Moment. Das wird aber auch ganz schön gefährlich hier, ne? Kann das sein? Egal, ich hab ein Pferd. Ich reite jetzt hier erstmal entlang. Was? Ich hab mir nicht gesprochen. Warte mal, der braucht Hilfe. Der braucht Hilfe. Oh, Moment, Moment. Falsches. Falsches. Die beiden brauchen Hilfe. So. Uff, das hätte bös enden können. Gut gemacht. Ich mag es zwar nicht, jemand anderem dankbar sein zu müssen, aber du hast uns immerhin gerettet. Also danke. Ja, Kraftschmorfisch. Nächstes Mal zeig ich's denen. Der Göttin heil ja sei Dank. Der Bossin geht es gut. Ich sag's ja, wer hier nach Schätzen sucht, muss verrückt sein. Alles klar. Dann sollen die mal schön weiterlaufen. Ich hab geholfen. Ich bin zufrieden. Ich kann ja Leute in Not hier nicht einfach alleine rumrennen lassen. Also von Monstern angreifen lassen. Das geht doch nicht. Guck mal, da steht noch ein halbes Bett. Guck mal, da steht noch ein halbes Bett. So. Okay, die machen da erstmal Päuschen. Dann werde ich noch eben hier oben gucken, ob hier noch was ist. Eine Kiste oder sowas. Nope. Gut. Dann gehe ich zurück zu meinem Pferd und dann reiten wir weiter zu dem See. Dann haben wir nämlich bald schon die zweite Erinnerung gefunden. Oder eine weitere Erinnerung gefunden von insgesamt zwölf. Also wir haben noch einiges zu tun hier in dem Spiel. Noch einiges. Oh, guckt mal. Was da hinten sieht wirklich sehr interessant aus. Da werden wir dann auch noch hingehen. Hinreiten, wie auch immer. Ich muss zwischendurch immer mal wieder auf die Karte gucken. Äh, nein. Ja, das ist doch ein guter und richtiger Weg. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind gleich da. Und da muss ich nur noch den See absuchen, dass wir den auch von der richtigen Seite besuchen. Aber das hier sieht ja schon nach Wald aus, ne? Also würde ich mal schätzen, ist das hier der richtige Weg. Guck mal, das sieht doch so aus. Äh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich noch abspringen, aber... Also Quatsch, ich wollte eigentlich anhalten. So. Jetzt ist die Frage. Wir sind hier an dem See. Und hier ist überall Wald. Also muss es ja irgendwo hier sein, wo der Wald auch ist. Na toll. Ich glaube, ich gehe erstmal hier so rum. Obwohl, eigentlich könnte ich hier auch rumreiten, ne? Wäre jetzt eigentlich egal, ob ich hier nun laufe oder reite. Hey, warte auf mich. Ich hoffe, die Erinnerung wird uns dann auch wieder angezeigt. Also die richtige Stelle. Oh, warte. Vielleicht wird uns die eher angezeigt, wenn ich das hier auch markiere. Nicht ins Wasser. Oder ich gucke mir am besten nochmal das Foto an. Das wäre vielleicht doch noch am besten. Moment. Album. Welches Foto war das denn? Dieses hier, ne? Ja. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Ja, ich muss da hinten hin. Wo die hellen Bäume sind. Wobei, die sind hier überall, ne? Aber ich brauche so einen kleinen Hügel noch. Also wir brauchen auch noch ein bisschen Grün. Wow. Beschieß mich nicht. Also wird das wahrscheinlich eher hier sein. Denke ich mal. Mal gucken. Ich finde das schon. Nee, Moment mal. Wartet mal. Vielleicht ist das doch das da. Nee, Moment. Ich muss mir das Foto nochmal angucken. Doch, 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 doch. Was ist da hinten? Ah, wieso reine ich denn dann erst dran vorbei? Das ist der einzige Hügel, den es hier gibt. Halt! Nicht ohne Ausdauer schwimmen gehen. Dann wäre ich jetzt sofort abgesoffen. So, hier ist das. Aber hier ist gar kein Leuchten oder so, wie beim letzten Mal. Hm. Das ist das hier? Aber warum passiert denn nichts? Ah, hier. Erinnern. Also, es geht dann. Als nächstes gehen wir nach Goronia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Daruk ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl inne wohnt. Kannst du sie wirklich hören? Eine weitere Erinnerung haben wir erhalten. Das ist doch super. So, ich hoffe, mein Pferdchen findet den Weg zu mir. Dann brauchen wir nämlich nicht laufen, weil jetzt will ich nämlich da oben noch hin. Auf der Karte ist das nämlich hier. Da will ich jetzt noch hin. Das wird bestimmt ganz toll. Und da kommt sie. Meine wunderbare Pandora. Mein schwarzes Pferdchen. Sehr schön. So. Okay, jetzt müssen wir nochmal auf die Karte gucken. Alles klar. Ich muss hier wieder die Straße entlang. Hallo Pferdchen. So, hier die Straße entlang, da hinten über die Brücke. Und dann bin ich in dem, was auch immer das ist. Das ist doch dann ganz gut. Denke ich mal. Da ist bestimmt irgendwo da noch ein Schrein. Einen Schrein hatten wir doch, glaube ich, auch aus der Ferne gesehen, oder nicht? So, das müsste eigentlich jetzt hier irgendwo reingehen. Hier. Oh, Vorsicht. Ich muss das Pferd richtig steuern. Hat sich die Musik verändert? Ich dachte gerade, ich hätte Anzeichen von dem, ähm, ja, traditionellen Zelda-Themen gehört. Aber halt nur so ein bisschen. Oh, oh, das sieht mir böse aus hier. Aquame Brücke. Warte, warte, warte. Sieht hier gefährlich aus. Bleibst mal hier. Wieso hüpft der immer so da runter? Ich glaube, ich gucke... Wow! Hey, Leute! Oh Mann, da ist meine Lanze zerbrochen. Nehme die Lanze. So, schnell die Köpfe zerstören. So, perfekt. So, was ist das denn hier für eine dunkle Brühe? Das ist doch wahrscheinlich hier dieses... Das, genau, das ist das Ekelzeug, was auch um das Schloss herum ist. Also ist das diese, diese Verheerung Ganon, ist das. Toll, ich hebe Knochen auf. Nein, tue ich doch nicht. Waffentasche ist voll. Hey, wer bist denn du? Das Zittern hört einfach nicht auf. Ist das die Aufregung vor dem Kampf? Waaah! Wo kommst du plötzlich her? Was machst du? Wer ich? Ich gehe in diese Arena und vermöble ein paar Monster. Und dafür streiche ich dann Schätze und Waffen als Belohnung ein. Der Trick ist, den Gegner nie aus den Augen zu lassen. Das klappt dann schon. Ah ja. Na, dann viel Erfolg. Ich gehe vorher schon mal rein und gucke. Ich gucke mir das einmal an. Arena Ruine. Oh nein. Hm. Können wir den besiegen? Weiß nicht. Ich habe schon mal so einen gesehen. Ich bin hier immer aus dem Weg gegangen. Loll, loll, loll. Weil der ist halt auf dem Pferd. Oh, hier sind noch mehr. Gegner anscheinend. So, Angriff. Auf ihn mit Gebrülde 2000. Voll die mich verarschen. Wow. Okay, der bringt mich sofort um. Wir müssen weg. Schnell. Schnell, wir müssen weg. Ah, wir müssen nicht mein Pferd. Schnell. Oh Gott. Der hat zu viel HP. Viel zu viel HP. Dafür brauche ich viel, 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 viel stärkere Waffen oder sowas. Ich meine, ich habe den ja jetzt gerade kaum Schaden gemacht. Das ist sehr traurig. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir dann hier auch gar nicht weiter, ne? Nehme ich mal an. 1.946. Autsch. Der hat auf jeden Fall auch stärkere Pfeile als ich. Wir lassen das mal lieber. Lass uns wieder gehen. Ähm. Nein. Hat der jetzt mein Pferd gekillt? Ernsthaft? Och nö. Nein. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Der hat mein schönes, schwarzes Pferd gekillt. Was mache ich denn da jetzt am besten? Mich von ihm umbringen lassen. Das ist eine gute Idee. Das könnte ja helfen. Dass mein Pferd dann wieder lebt. Los, bring mich um. Ja, so, schön. Ich bin tot. Ich habe mich noch gewehrt. Hoffentlich lebt mein Pferd jetzt wieder. Ich wusste gar nicht, dass die Pferde auch sterben können. Also, ich meine, dass die umgebracht werden können. Also, von Gegnern. Das wusste ich nicht. Oh Mann. Hoffentlich lebt es jetzt wieder. Ja, es lebt wieder. Wuhu. Wuhu. Juhu. Oh mein Gott. So. Wir gehen. Das ist mir hier nichts. Ist mir zu gefährlich. Da müssen wir später hin. Wir hauen ab. Und zwar sowas von. Schnell weg hier. Meine Güte. Also hier das Gebiet um das Schloss herum. Das ist verdammt gefährlich. Auf jeden Fall. Wieso? Ich würde sagen, wir schauen uns dann halt jetzt noch anderweitig irgendwie um. Ich hatte doch irgendwie hier noch einen Schrein gesehen, oder nicht? Da hinten. Moment. Will ich nochmal hier hoch? Da. Auf der anderen Seite ist der natürlich. Okay. Dann würde ich sagen, ich lasse mein Pferd jetzt hier erstmal stehen. Und dann hüpfen wir hier rüber. und dann da hoch zum Schrein. Hui. Das kriegen wir hin. So. Wir haben ja schon wieder so viel erlebt hier. Wir haben gefailt. Wir haben viel erlebt. Ich habe übrigens jetzt auch herausgefunden, wie das mit diesen Baummustern geht. Und zwar ist das so, dass Moment. Ich muss mich hier eben konzentrieren, was ich hier tue. Okay. Also, ich hatte ja schon erzählt, diese Baummuster, da wüsste ich immer nicht, was ich da machen muss. Und jetzt weiß ich es halt. Wenn man ein Baummuster sieht, die Bäume sind gleich, aber es sind unterschiedlich viele Äpfel an einem Baum dran. So, und hier ist doch auch. Hier fehlt ein Stein. Der ist da runtergefallen. So. Hier können wir nämlich auch noch einen Krog finden. Der muss wahrscheinlich hier jetzt hin. Ja, so fast. Es stimmt so fast. Naja, auf jeden Fall ist bei diesen drei Bäumen das halt dann immer so, dass an zweien ist nur ein Apfel dran und an einem, an dem dritten, sind dann halt ganz viele Äpfel dran. Und das muss man halt dann ändern. Das heißt, man muss von dem dritten so viele Äpfel pflücken, dass nur noch ein Apfel übrig bleibt und dann hat man die Aufgabe nämlich auch schön gemeistert. Ach, Moment. Ich sollte das aufheben. So. Und so. Und auch nö. Da ist noch einer. So. Ja, alles fällt schön darunter. Das ist ja toll. Das ist ja super. Halt. Toll. Wieso fällt das alles darunter? Ist doch voll traurig. Uh. Was ist das? Untersuchen. Opal. Oh, wie cool. Das liegt hier einfach so rum. Bernstein. Schön. So, wir kommen dem Schrein immer näher. Moment, ist da oben auch was? Ach, da ist so ein Schießding. Ja, toll. Das nützt mir jetzt gerade noch nichts. Weil, ähm... Der Hügel hinter der Mannhalla-Brücke meistert man am besten zu Pferd. Auf leidige Fußmärsche und Blasen pfeife ich. Kannst du übrigens pfeifen, damit... Ja, ja, ja. Alles klar. Wir können es ja mal versuchen. Aber ich würde mal schätzen, ich bin schon viel zu weit weg. Wobei es geht. Da unten ist schon wieder eine neue Pferdestation. Ne, ich glaube, mein Pferd hört mich nicht. Aber egal, wir haben ja hier direkt eine Pferdestation. Das ist ja schon sehr, sehr praktisch. So, was haben wir hier? Rüstgras. Das sammeln wir alles mal schnell ein. Hier könnte ich noch eine Holzfäller-Axt aufheben. Stall der Ebene. So, hier wieder alles absuchen. Es könnte hier immer was umliegen. Pandora kommt wohl nicht. Ja, ach. Warum wohl nicht? Wahrscheinlich, weil ich schon viel zu weit weg bin. ist ja lustig hier. Na gut, ich gehe dann aber jetzt, glaube ich, erst mal... Oh, jetzt noch eine Quest. Hey da, Reisender. Du hast nicht vielleicht unterwegs einen Schimmel gesehen? Mein Opa hat immer erzählt, dass er vor langer Zeit beim Salpura-Hügel den Schimmel der Königsfamilie gesehen hat. Ein Gast, der vor kurzem hier war, will einen Schimmel am Salpura-Hügel gesehen haben. Gut möglich, dass er von jenem Schimmel des Königshauses abstammt, von dem mein Opa erzählt hat. Wenn du auf deinen Reisen zufällig einen Schimmel siehst, wärst du so gut, ihn mir zu bringen. Sehr gut. Es wäre toll, wenn du einen Schimmel als dein Pferd registrieren und zu mir bringen könntest. Der Schimmel am Salpura-Hügel soll makellos weiß sein und sich immer etwas abseits von anderen Pferden aufhalten. Tja, dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Alles klar. Hey! Hier bist du ja auch wieder. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon in allen Ecken. Wenn du mir ein paar Bilder zeigst. Diese Pferdestatue, die steht im alten Sanidin-Park auf dem Salpura-Hügel im Nordwesten. Von hier findet man die Überreste eines Parks. Genau dort ist die Pferdestatue. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, wo dieser Berg ist. Moment, ist der schon hier auf unserer Karte? Ne, das hier ist der Heiljahrberg. Das ist ja sowieso, das hier ist ja das Anfangsplateau. Das heißt, das muss hier irgendwo in einer weiteren Ebene sein wahrscheinlich. Gott, schaut euch das mal alles an hier, was hier noch alles gibt. Oh mein Gott! Also dieses Gebiet ist unglaublich groß, da können wir ja noch richtig viel entdecken. Und wir sind jetzt erst hier. Ich würde mal schätzen, dass es dann hier oder hier irgendwo sein muss. Es muss ja in der Nähe sein. Naja, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall weiter danach gucken. Aber jetzt will ich erst mal zu dem einen Schrein, der hier irgendwo ist, der da oben ist. Und den machen wir dann noch. Und dann können wir ja mal wieder einen Tempel, ach Quatsch, einen Tempel, einen Turm suchen, damit die Karte sich einfach mal vervollständigt. Ich denke, das wäre ganz praktisch, wenn wir das machen. Und nebenbei finden wir ja so dann auch die Erinnerung. Ruhu-Tau-Schrein. 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 Ja, dass wir das machen, dass wir da oben dass wir das machen, dass wir ja auch dann kommen wir ja auch hier oben. Untertitelung des ZDF, 2020